Also, hör mal, Tom. Ich wundere jedes Mal, wenn ich auf das Zutz kommen kann, komme ich zu filmen. Ja. Bist du immer der Armsicht? Entweder bist du wahnsinnig berühmt und berüchtigt. Also, es ist immer einfach dir. Jetzt möchte ich mal wissen, wie du das siehst. Ich weiss es eigentlich selber auch immer so. Immer auf der Tom. Manchmal kommt es mir auch so vor, dass ich ein armer Sieg bin. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht das. Nein, es sind einfach die Leute, die wichtig sind. Die nimmt man daran. Gemeindepräsident und offenbar der Tom. Offenbar der Tom? Ja. Tom ist halt eben auch der, der zwischen einmal ersucht. Ich suche es schon auch. Was sagst du denn zu Argentinien? Ja, die hätten selber den Diego Armando Maradona gehalten. Ganz klar. Ja, genau. Das habe ich nicht verstanden, aber auch. Vielleicht kommt er ja wieder. Aber nächstes Jahr in Brasilien denke ich, da klappt es. Da klappt es. Sie haben ja gesagt, ich spreche seit 20 Jahren. Seist du das aber recht eng. In drei Jahren klappt es. Ich wünsche dir einfach die weitere gute Berühmtheit. Nebst dem Gemeindepräsident bist du die zweitwichtigste Person da. Ja, das kommt auch so vor. Genau. Danke dir. Ja, ist gerne schön. Ja. Ja. Ja.